Wir schauen uns heute mal mein Aktiendepot an. Wir machen hier ein kleines Depot-Update und wie ich das Ganze überhaupt geschafft habe und warum du da draußen jetzt anfangen solltest zu investieren, damit du das Ganze auch erreichst und vor allem wie du das erreichst, das besprechen wir heute in diesem Video. Moin Leute und willkommen hier zum neuen Video. Ihr seht schon mein Aktiendepot momentan jetzt hier bei 84.700 Dollar. Wenn wir hier einmal auf Max drücken, dann sehen wir hier auch schon, okay, das Ganze ist hier 50% im Plus. Das heißt, ich würde schon sagen, das Ganze kann sich hier sehen lassen. 50% ist schon jede Menge und ihr seht auch, wie hier die ganze Kurve verlaufen ist. Ich war also nicht nur immer im Plus, sondern ich war auch mal im Minus hier unten bei Minus. Ja, 8.000 Euro war so das Schlimmste, was hier passiert ist. Ja, der Markt bewegt sich halt nach oben und nach unten. Das sollte man auf jeden Fall ja abkönnen. Daran sollte man sich gewöhnen. Das ist jetzt nichts Neues, also ganz normal. Bei meinem letzten Video vor circa einem halben Jahr haben wir das Ganze hier ja besprochen. Dort waren wir bei ungefähr 74.000 Euro. Das heißt, ja, innerhalb vom halben Jahr sind wir jetzt hier schon mal 10.000 Euro weiter nach oben. Und ihr seht, wie das Ganze hier auf jeden Fall weiter nach oben gestiegen ist. Auf jeden Fall komplett crazy. Und wenn wir uns jetzt hier dazu einfach mal Corona nochmal kurz anschauen. Wann war denn Corona? Das war dieses kleine Low hier. Dieses kleine hier. Das war Corona da, wo ich angefangen habe zu investieren. Das heißt, in diesem Jahr, da war der Markt auf jeden Fall komplett eingebrochen. Und ihr seht, wie ich ausgiebig immer nachgekauft habe, nachgekauft, nachgekauft. Dann sind wir hier zu dem ersten hochgekommen. Dann gab es nochmal eine ordentliche Korrektur. Lag aber auch daran, dass ich hier auf jeden Fall zu hohen Preisen natürlich gekauft habe. Und auf dem Weg nach hier unten immer schön wieder nachgekauft. Das wäre auf jeden Fall schon der erste Punkt, den ich jedem raten würde. Schaut euch an. Okay, hier die und die Firmen, an die glaube ich für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Weil so weit solltet ihr schon vorausdenken. Das halte ich für sehr sinnvoll. Und in diese Firmen kauft ihr dann immer, so gut es geht, so gut ihr das natürlich könnt. Immer mal wieder nach, wenn diese Rücksätze haben und weiter nach unten kommen. Ihr sollt natürlich nicht Firmen wie Wirecard nehmen und dann irgendwo da ins fallende Messer noch reinkaufen. Sondern es sollten wirklich gute Firmen sein. Dann sagt ihr ja toll und wie erkenne ich denn jetzt gute Firmen? Für meine Verhältnisse seht ihr ja, mein Depot ist sehr technologielastig. Ich glaube daran, dass in den nächsten 10, 20, 30 Jahren die Technologie auf jeden Fall sehr, sehr gut sein wird. Und das wird natürlich weitergehen mit der Technologie. Deswegen halte ich daran einfach fest. AI, also künstliche Intelligenz, ist für mich auch ein Punkt, wo ich sehr groß drauf achte. Das heißt, das sind so meine persönlichen Firmen, wo ich jetzt rein investieren würde. Aber generell, wenn ihr jetzt komplette Anfänger seid und ihr wollt hier wirklich erstmal überhaupt anfangen, überhaupt starten, dann solltet ihr euch einen ETF raussuchen. Als Beispiel können wir jetzt mal meinen hier nehmen. Ich habe jetzt hier den Core MSCI World. Denkt bitte daran, das ganze Depot ist jetzt vier Jahre alt. Das heißt, heutzutage würde ich das Ganze vielleicht ein bisschen anders aufbauen. Aber generell sind hier natürlich auch noch Anfängerfehler drin in diesem Depot, die wir gleich auch nochmal kurz besprechen, die ihr dann vielleicht vermeiden könnt. Aber generell war das hier auf jeden Fall keine schlechte Idee, in ein ETF zu investieren. Ihr seht, wir sind hier auch 29 Prozent im Plus. Klar, jetzt sagt man, okay, das sind aber nur 8.000 Euro und hier sind 38.600 Euro drin in dem ETF. Ja, das stimmt. Das ist jetzt momentan noch nicht so viel Profit, aber das sind 29 Prozent. Und das auf vier Jahre gerechnet sind ungefähr dann so diese 7 Prozent. Eigentlich rechnet man sogar eher nur mit 6 Prozent, die ein ETF dann wirklich ja pro Jahr im Durchschnitt macht. Was das Ganze bedeutet, da kommen wir gleich nochmal zu. Generell können wir uns aber mal kurz die Kurve hier anschauen vom MSCI World. Das hier unten war Corona. Da waren wir wirklich sehr, sehr tief hier auf 42 Euro. Mittlerweile sind wir jetzt auf 91 Euro. Das heißt, von Corona aus bis jetzt hat es sich auf jeden Fall gelohnt, immer schön weiter da rein zu investieren. Und wenn ihr beim MSCI World oder allgemein beim ETF euch das Ganze mal die letzten 30, 40, 50 Jahre anschaut, dann werdet ihr merken, dass das Ganze immer wieder nach oben geht. Also es geht, ja, die Kurve geht immer weiter nach oben. Natürlich haben wir zwischendurch auch schöne Korrekturen. Die sollten wir dann aber eher nutzen, da ordentlich Geld reinzupacken. Dann lasst uns jetzt nochmal kurz zurückgehen hier und meine Fehlkäufe, sage ich, ich nenne es jetzt mal so, unsere Fehlkäufe hier mal anschauen. Und ja, Fiver, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wann habe ich diese gekauft? Da habe ich wieder diese typischen Fehler, Anfängerfehler gemacht. Kauft nicht am obersten Punkt, wartet auf eine Korrektur. Dass das Ding jetzt hier komplett am Ende ist, brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Ich halte es jetzt nicht großartig für sinnvoll, das Ding hier weiterzuhalten, ob wir da oben jemals nochmal wieder hinkommen. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich lasse es jetzt einfach liegen, weil da sind jetzt noch 500 Euro drin. Ja gut, das ist mir dann auch egal. Ich bin 3.300 im Minus. Wenn die 500 jetzt auch noch weggehen, dann ist es so. Aber die Chance besteht, dass es vielleicht nochmal wieder hochkommt und ich dann aus der Position noch rauskomme. Das war definitiv ein Fehlkauf. Gekauft habe ich bei 155. Ja, das war hier oben nach dieser kurzen Korrektur. Ich war danach auch tatsächlich im Profit und dachte, geil, gute Investition. Das Ganze geht noch viel weiter nach oben. Ja, dem war nicht so. Das ist halt wirklich das Risiko bei Einzelaktien. Dann habe ich dazu auch noch Tesla. Würde ich jetzt nicht als Fehlkauf sagen. Da kann man sogar theoretisch nochmal ein bisschen nachkaufen. Momentan bekommt aber Tesla ordentlich Druck einfach. Deswegen aber generell sehe ich Long Term, also langfristig, kann das Ding hier wieder nach oben gehen und das Hoch auch nochmal wieder antesten. Also wir sind hier eher so ganz langsam in so einem Downtrend. Es ist jetzt nicht so, dass alles hier am Einbrechen ist. Wir hatten hier letztes Jahr im Januar hatten wir hier einen Einbruch auf 112 Euro. Jetzt sind wir wieder bei 155. Ja, waren zwischenzeitlich bei 230. Ihr seht, das ist halt wieder so typisch der Tesla-Aktie. Die ist sehr volatil, geht sehr weit hoch und runter. Für einen Anfänger ist das Ganze nicht geeignet. Also Tesla würde ich jetzt mit Vorsicht genießen. Wenn ihr wirklich anfangen wollt, schaut euch wirklich Firmen an wie MSCI World, Nvidia, Google, Amazon. So diese Firmen würde ich jetzt erstmal nennen. Lass uns hier aber trotzdem nochmal kurz schauen, was ist denn noch rot in meinem Portfolio. Ist ja nicht alles grün, sieht man ja. Xiaomi. Aber Xiaomi hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Haha. Die habe ich aber auch genauso denselben Fehler. Ich habe hier unten auch nicht großartig nachgekauft, weil ich gesagt habe, komm, ja, lass einfach, lass einfach. Bei Xiaomi war es so, die habe ich auch einfach gekauft und habe dann geglaubt, dass das Ganze hier weiter nach oben geht. Das hatte wirklich ja Anfängerfehler halt. Man hat ja am All-Time-High gekauft. Schaut euch das an hier. 2,71 Euro. Da war mein Einkauf hier oben in dem Bereich. Ja, ich habe das Ding gehalten. Jetzt sind wir wieder bei 2,30 Euro. Wenn ich wirklich hier wieder plus minus null bin, dann werde ich tatsächlich überlegen, ob ich Xiaomi nochmal verkaufe. Und wenn wir dann nochmal so eine Korrektur sehen, weil die wird vermutlich wieder kommen nach unten, dann werde ich da unten nochmal wieder neu nachkaufen. Aber generell bei Xiaomi momentan, ja, ich lasse erstmal die Finger weg. Ja, lass das Ding erstmal weiterlaufen. Momentan sieht es ja ganz gut aus. Mal schauen, was das Jahr so bringt oder die nächsten Jahre. Weil sie jetzt ja auch ein neues Auto rausgebracht haben, also Elektroauto. Ja, was ich davon halten soll, weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Aber ja, wer weiß, vielleicht wird das ja die neue Konkurrenz zu Tesla. Wir schauen uns das Ganze auf jeden Fall dann nochmal genauer an, wenn es soweit ist. Ja, und dann schauen wir uns natürlich auch die Giganten an. Was haben wir denn hier noch? Microsoft, Amazon, Alphabet. Das sind alles so große Firmen, die, ja, was für eine großartige Konkurrenz haben sie denn? Wenn wir uns das mal anschauen, hier Microsoft, ja, gucken wir uns das an. Hier zack, ordentlich nach oben. Wegen AI, also künstliche Intelligenz, bin ich da auf jeden Fall in Microsoft hier drin. Dann haben wir natürlich Amazon. Ja, nennt mir mal einen, ja, Konkurrenten zu Amazon. Natürlich habe ich hier unten unter 100 Dollar nachgekauft. Das habe ich auch so kundgegeben, übrigens in meinen Videos. Falls ihr die gesehen habt, dann Glückwunsch. Ihr seid auf jeden Fall, ja, im Plus, so wie ich auch. Hier 77 Prozent hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier mein Buy-in war bei 98. Seht ihr hier unten auch. Das war tatsächlich erst hier unten in diesem Bereich. Also circa so vor einem Jahr haben wir das Ganze besprochen. Dann schauen wir natürlich hier auch nochmal rein. AMD momentan sehr am Schwächeln, muss ich sagen. Hatten hier ordentlich einen Hoch ausgebaut. Sind jetzt nochmal runtergekommen. Wenn wir jetzt rein technisch an die Sache rangehen, hoffe ich, dass sie jetzt einfach nur das Hoch hier oben einmal antesten. Und von dort aus dann die Reise weiter hier Richtung Long geht. AMD, wer AMD nicht kennt, ist halt einfach ganz normal. Auch Chip-Hersteller kann man so ein bisschen vergleichen mit Nvidia. Bei Nvidia ist eher so Grafikkarten. AMD ist eher Prozessor. So kann man das Ganze vergleichen. AMD und Intel müsst ihr euch was sagen. Intel bin ich aber eher raus. Da bin ich eher auf AMD-Seite. Ist Preis-Leistung einfach deutlich besser. Und die Zahlen, was hinter der Firma steht, war dort auch deutlich besser. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich entscheide mich hier lieber für AMD und nicht für Intel. Dann Alphabet C. Natürlich haben wir hier auch Google am Start. Ja, Google AI. Was soll ich dazu noch sagen? Natürlich, ja, wer googelt heutzutage nicht? Natürlich investiere ich dann auch in solche Aktien hier rein. Ihr seht die letzten fünf Jahre von 50 Dollar jetzt hoch auf 157. Und in Zukunft wird das Ganze vermutlich dann auch noch weiter steigen. Das wissen wir natürlich nicht. Das ist natürlich keine Anlagenberatung hier. Ich zeige euch nur, wie ich das Ganze hier gekauft habe, wie ich das analysiert habe und so weiter. Und wie jetzt auch mein Plan ist, weil ich möchte das natürlich hier ordentlich weiter nach oben skalieren. Wenn wir dann jetzt hier einmal unten schauen, hier meinen Sparplan, seht ihr hier nächste Ausführung zweimal im Monat 500 Euro. Das heißt, ich habe das Ganze hier ordentlich nach oben skaliert, weil ich das Ganze hier ein bisschen beschleunigen möchte. Das heißt, ich habe hier meinen Sparplan jetzt verdoppelt. Vorher war ich ja bei 500 Euro. Wir können hier auch gerne mal draufdrücken. Dann seht ihr das Ganze hier zweimal im Monat momentan 500 Euro. Und vorher war es hier unten, seht ihr das Ganze, 250 Euro zweimal im Monat die ganze Zeit. Ja, man kann hier runterscrollen, wie man möchte. Das Ganze läuft hier jetzt schon wirklich seit über vier Jahren. Also das ist jetzt nichts Neues, dass ich das Ganze auch euch so erzählt hatte. Hier habe ich das jetzt erhöht hier auf jeden Fall auf 500 Euro. Das heißt, einfach mal verdoppelt. Bin jetzt also auf 1000 Euro Sparrate hier pro Monat gegangen. Jetzt sagt ihr, boah, ist das viel und so weiter. Kann ich komplett verstehen. Ist auch völlig in Ordnung. Ich war auch an eurer Stelle. Ich habe hier mit 50 Euro angefangen und sicher nicht mit 500 Euro und auch nicht mit 1000 Euro. Also ihr wisst, das Ganze muss man wirklich. Man muss unten anfangen. Und ihr werdet merken, wenn ihr einmal hier wirklich drin seid in diesem Thema, dann plötzlich kriegt ihr es hin, noch mehr Geld zusammen zu bekommen, noch mehr zu sparen, noch mehr Geld hier rein zu packen. Weil warum will ich das Ganze jetzt hier wirklich mal aufs nächste Level bringen? Das Ganze können wir uns ganz einfach mal mit dem Zinseszinsrechner anschauen. Weil, wenn wir jetzt nochmal kurz schauen, bevor wir rüberspringen zu dem Rechner. Wir sind hier im MSCI World. Wenn ihr jetzt ganz normal anfangen wollt zu investieren. Ihr wollt jetzt eine Million zusammenbekommen. Wie schaffen wir das? Also MSCI World zum Beispiel. Ihr könnt auch irgendeinen anderen ETF nehmen. Ihr könnt auch Nasdaq nehmen oder, oder, oder. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, woran man hier investieren kann. Da habe ich jetzt ja auf jeden Fall 29,8 Prozent gemacht. Das sind in den letzten vier Jahren jetzt sogar sieben Prozent, beziehungsweise sogar ein bisschen mehr. Aber sieben Prozent. Generell sagt man aber eigentlich im Durchschnitt macht der MSCI wohl sechs Prozent. So, das heißt, wir gehen jetzt einmal rüber zu den Zinseszinsrechner. Hier von Finanzfluss, den könnt ihr dann nehmen. Geht ihr hier oben einfach auf finanzfluss.de und dann geht ihr hier oben auf Rechner und dann Zinseszinsrechner. Dort findet ihr den. Und hier können wir jetzt einmal schauen, wo wir denn in Zukunft landen werden. Wir nehmen jetzt mal Anfangskapital, das Ganze, so wie ich das jetzt momentan mache. Wir gehen hier einmal kurz rüber, schauen, okay, ich habe hier 38.600 Euro drin. Das heißt hier 38.600 Euro. Monatliche Sparrate haben wir jetzt ja 1.000 Euro, beziehungsweise lasst uns mal erst mal 500 machen, weil ich habe ja bis zum jetzigen Zeitpunkt 500 und habe sie ja jetzt verdoppelt. Und ihr werdet gleich auch sehen, warum. Anlagezeitraum, wir machen mal 20 Jahre oder nee, machen wir mal 30 Jahre, weil dann sind wir auf jeden Fall hier schon in der Rente dann angekommen. Dann jährlichen Zinssatz haben wir ja eben besprochen, sind eigentlich 7% sogar jetzt die letzten vier Jahre gewesen. Wir machen aber mal 6% und dann berechnen wir das Ganze hier und scrollen hier mal ein bisschen runter. Das heißt nach 30 Jahren haben wir jetzt hier 734.000 Euro gemacht. Einfach nur damit, dass wir hier einfach rein investieren, jeden Monat unseren Sparplan. Ja, ich weiß 500 Euro sind viel, wir kommen gleich dazu, dass wir auch nochmal normale Zahlen machen. Ich habe das Ganze hier auch mit 50 Euro, habe ich gestartet, nicht mit 500. Aber generell habe ich das Ganze halt bei mir versucht, so gut es geht, so viel Geld wie möglich zusammenzubekommen im Monat, dass ich das Ganze so wirklich weiter laufen lassen kann hier. Also Anfangskapital, monatliche Sparrate, gehen wir mal runter. Und was ich hier jetzt so interessant finde und so geil finde und was euch auch dazu ermutigen soll, wirklich anzufangen zu investieren, zu sparen, wirklich sparen im Sinne von investieren, nämlich hier unten. Das wäre nach 30 Jahren das Geld, was wir gespart haben. Das heißt 30 Jahre, jeden Monat 500 Euro zur Seite legen, dann würden wir bei 218.000 Euro landen. Jetzt sagt ihr, ja, das ist aber auch schon viel, davon kann ich mir schon ein Haus kaufen, ja momentan eher nur eine Anzahlung, aber generell ist es wirklich machbar, davon vielleicht ein Haus sich zu holen. Aber hätten wir das Ganze jetzt mit einem Zinseszins gemacht, also angelegt, dann würden wir 516.000 Euro nochmal oben drauf bekommen, was wirklich heftig ist. Das heißt, ihr kriegt eine halbe Million nochmal oben drauf. Also landen wir hier oben bei 734.000 Euro, die wir durch diesen Zinseszinseffekt einfach bekommen und gesamte Einzahlungen hier hätten wir nur 218.000. Also wenn ihr mich fragt, was willst du lieber haben, 218.000 oder 700.000, ja, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, dass wir dann natürlich die 734.000 hier lieber nehmen wollen. Also dieser Zinseszinseffekt ist schon wirklich heftig. Und wenn wir das Ganze jetzt einfach mal, ja, verdoppeln und hätten theoretisch jetzt ja dann 1,4 Millionen, würde man jetzt ja grob sagen, lass uns das Ganze hier mal auf 1000 Euro monatlich dann einfach mal ändern und dann gucken wir uns das Ganze mal an, sind wir auf 1,2 Millionen Euro. Das heißt, ich könnte es schaffen hier nach 30 Jahren vom jetzigen Standpunkt bis zur Rente, kann man so sagen, bis zur Rente, ist wie nicht ganz die Rente, aber auf jeden Fall bis in den Rentenbereich, sagen wir mal, 1,2 Millionen Euro nur mit dem ETF zu machen. Denkt dran, wir haben natürlich auch noch Kryptoprojekte, Krypto, wir haben Einzelaktien noch und so weiter und so weiter. Das gibt es ja auch noch alles. Das ist ja wirklich nur ein ETF, ein ganz normaler, simpler Sparplan, wo ihr jeden Monat Geld reinhaut. Jetzt sagt ihr, okay, ja, 1000 Euro kriege ich im Leben nicht zusammen. Wo lebst du denn? Kann ich verstehen. Ist völlig in Ordnung. Dann müssen wir ja auch nicht 1,2 Millionen machen, sondern wir gehen hier mal auf realistische Sachen. Sagen wir mal, ihr schafft es monatlich 100 Euro, 50 Euro wären auch in Ordnung. Damit kann man auch anfangen und ihr habt vielleicht 10.000 Euro gespart oder geerbt oder sonst irgendwas. Dann berechnen wir uns das Ganze mal auf 30 Jahre. Ihr seht, selbst dann schafft ihr es mit einer Sparrate von 100 Euro im Monat, die man eigentlich zusammenbekommt. Ein bisschen weniger Party machen, ein bisschen weniger, ein bisschen aufpassen einfach, was man so alles ausgibt. Dann schafft man es auf jeden Fall auch auf die 160.000 Euro dann zu kommen. Und das ist auf jeden Fall dann eine sehr gute Anzahlung für ein Haus. Normalerweise hättet ihr nur die 46.000, was auch schon gut ist, aber dann direkt 160.000 zu haben. Ich glaube, das ist ein guter Ansporn für euch da draußen. Vor allen Dingen, je jünger ihr seid, desto besser, weil es ist Nummer Zinseszins. Wenn ihr jetzt erst 18 Jahre alt seid, dann brauchen wir hier nicht mal mit 30 Jahren gehen. Dann können wir hier direkt auf 40 Jahre gehen. Dann seid ihr nämlich hier 58.000 und das reicht eigentlich auch noch nicht. Ihr seid ja theoretisch immer noch nicht in Rente. Da hättet ihr sogar schon 300.000. Das heißt, wenn wir da nochmal, wir gehen mal auf 50 Jahre. Bei manchen, ich weiß, da draußen gibt es auch genug Leute, die älter sind. 50 Jahre würde ich jetzt bei mir auch nicht mehr nehmen, dass, ja, ob ich da noch lebe, eher weniger. Aber Endkapital wäre da auf jeden Fall dann eine halbe Million. Das heißt, wenn du da draußen jetzt gerade 18 bist oder vielleicht sogar noch jünger und du schaffst es, deine Eltern zu überreden, was heißt zu überreden, dass sie da einen Sinn drin sehen und dir das vielleicht erlauben. Dann könnte man da vielleicht auf jeden Fall einen Sparplan schon mal anlegen oder du lässt es von deinen Eltern machen oder sonst irgendwas. Glaubt mir, also das ist wirklich 100 Euro im Monat. Das ist wirklich jetzt nicht viel, was man da zur Seite legen muss, um dann wirklich mit 18 Jahren eine halbe Million dann zur Rente zu haben. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und ja, was müsst ihr dann nur noch machen? Sagen wir mal 250 Euro und dann sind wir auf 1,1 Million. Also das geht dann schneller, als man denkt. Spielt mal ein bisschen rum mit dem Rechner, vielleicht kriegt ihr ja dann eine gute Summe zusammen, die für euer Ziel einfach dann ja ausreicht. Weil nur weil ich jetzt hier eine Million erreichen möchte, müsst ihr das da draußen ja nicht auch erreichen oder ihr sagt, das ist unrealistisch oder, oder, oder. Gibt es ja viele Ausreden, die die Leute parat haben. Nehme ich euch auch nicht übel. Ich habe auch eine Zeit lang so gedacht, aber wirklich denkt komplett crazy und dann schafft ihr das Ganze auch. Sonst, ja, ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich hier mit einer Sparrate von 1.000 Euro an den Start gehe. Das ist einfach komplett crazy und schaut euch mal an mit 1.000, naja gut, mit 18 Jahren hat man das Ganze nicht. Wir gehen hier mal wieder lieber auf 30 Jahre, wollen nicht übertreiben. Dann kriegen wir auf jeden Fall eine Million zusammen, auch mit dem Anfangskapital hier von 10.000 Euro. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Buttert all euer Geld da rein. Nein, Spaß beiseite. Ist natürlich keine Anlagenberatung hier. Nehmt das Ganze wirklich ernst. Aber das ganze Geld auf dem Sparbuch zu lassen oder auf dem Konto oder so. Ja, ihr seht ja, was dabei rauskommt. Und ja, mit dem Zinseszinseffekt lohnt sich das auf jeden Fall deutlich mehr. Das heißt, das soll es heute hier schon zu meinem Depot-Update hier gewesen sein. Das heißt, das nächste Ziel sind natürlich hier die 100.000, dass wir die auf jeden Fall hier erreichen können. Ja, schauen wir mal das Ganze hier momentan. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Es kann aber auch jederzeit hier einfach wieder 50 Prozent korrigieren. Das ist jetzt nichts Neues. Das kennen wir ja am Markt schon. Das Ganze kann hier nicht so weit nur nach oben gehen. Das wäre zu schön, wenn es nur nach oben gehen würde. Also müssen wir hier komplett schön entspannt bleiben. Alles gut. Und momentan sieht es auch immer gut aus. Man kann auch mal die positiven Tage hier feiern, dass wir ein paar grüne Zahlen haben. Und wenn du jetzt auch anfangen möchtest, hier in Trade Republic zum Beispiel zu investieren, Link dazu findest du in der Videobeschreibung, kannst du gerne nutzen. Mach dir dort einen Account und dann kannst du direkt loslegen. Ist echt nicht kompliziert. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Immer noch mit Trade Republic. Bin da jetzt seit vier Jahren und habe ja hier auch eine ordentliche Summe drin. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und ein kostenloses Abo. Wenn du sowas hier in Zukunft nicht verpassen möchtest, schau gerne auf meinem Channel vorbei. Dort gibt es noch jede Menge Videos, sehr interessante dabei. Also schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du ja das ein oder andere, was dich auch noch interessiert. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.